Es ist eines der großen Probleme von heute, dass viele unterschätzen, dass nämlich die Energiediskussion fast ausschließlich nur noch unter dem Vorzeichen der CO2-Klimaproblematik geführt wird. Als wäre das Weltenergiesystem intakt und zukunftsfähig, wenn es das CO2-Problem mit den Klimafolgen nicht gäbe. Aber davon kann doch gar keine Rede sein. Das CO2-Klimaproblem ist eklatant, aber das Ressourcenproblem, die Erschöpfung der herkömmlichen Ressourcen ist auch eklatant. Die zunehmenden Konflikte und Kriege um den Zugang zu Restressourcen, die Gesundheitsschäden des heutigen Energiesystems, der Wasserverbrauch von Atomkraftanlagen und von anderen fossilen Kraftwerken ist auch eklatant für immer mehr Regionen in der Welt. Das heißt, es ist doch nicht das einzige Problem. Als wären die besonderen Gefahren der Atomenergie gegenstandslos geworden mit 100.000 Jahren Atommüll und atomaren Unfallgefahren. Als wäre das Atomterrorgefahren. Als wäre das alles gegenstandslos, nur weil es das CO2-Klimaproblem gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017